Dann sagte ich plötzlich, folge nicht mehr deinem Navi. Das Navi sagte, biege rechts ab und wende anschliessend. Ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch, ich wusste aber nicht warum. Ich sagte, ignoriere das Navi, fahr einfach geradeaus, dann kannst du dort wenden. In Richtung der Schule, in die mein Sohn geht. Als er so fuhr, wie ich es ihm gesagt hatte, ich realisierte nicht einmal, dass es Mittwoch und Markttag war. Ich sah den Markt. Dann sagte ich zu ihm, hier gibt es die besten Pastellen, die man in Brasilien essen kann. Er sagte, erzähl mir nichts von Pastellen. Ich liebe Pastellen. Ich bin so hungrig, ich hatte heute keine Zeit fürs Frühstück. Es war 9.30 Uhr. Ich sagte, halt an. Er hielt an. Welche Sorte Pastell magst du? Ich kaufte ihm eine richtig grosse Teigtasche und etwas typisch brasilianisches, einen Zuckerrohrsaft. Er war so glücklich. Er sagte, du bist der netteste Kunde, den ich je hatte. Da war es. Ich sagte, das habe ich von Jesus gelernt. Er lehrte mich, freundlich zu sein und die Menschen zu lieben. 15 Minuten später gab er in meiner Garage sein Leben Jesus. Ich sagte, wenn du reinkommst und in meinem Haus essen möchtest, kannst du das gerne tun. Aber er wollte nicht. Also schau. Die erste Sache, die du haben musst, um Teil der Ernte zu sein, du musst das Richtige glauben. Die Menschen sind der Religion überdrüssig und viele sind auch der Gemeinde überdrüssig. Aber die Menschen haben eine tiefe Sehnsucht, sich, mich Gott zu verbinden und Jesus kennenzulernen. Ich glaube das. Ich glaube, dass es vor der Wiederkunft Jesu die grösste Erweckungsernte der Geschichte geben wird und ich habe biblische Beweise. Petrus, Jakobus und Jesus reden darüber. Die Propheten, Joel und Hesäkiel haben es vorausgesagt. Jesaja 54 spricht darüber. Du musst wirklich glauben, dass dies die Tage der letzten grossen Ernte sind. Wenn du nicht daran glaubst, wird es passieren und du wirst es verpassen. Wenn du wirklich glaubst, wow, die Ernte steht vor der Haustüre. Wenn ich von Ernte rede, geht es darum, Menschen für Gott zu ernten, damit sie die Ewigkeit im Himmel und nicht in der Hölle verbringen. Das Erste, was du glauben musst, ist, die Ernte ist jetzt wirklich da. Das Zweite ist, du musst es wirklich wollen, dabei zu sein. Gott wird keine Waffe an den Kopf halten und dich dazu zwingen, Menschen zu retten. Gott macht es nicht. Gott kontrolliert die Menschen nicht, er gibt ihnen die Freiheit. Du musst also sagen, Jesus, ich will wirklich dabei sein. Sich bewusst sein, voller Absicht sein. Etwa 250 Menschen haben die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen. Eine von ihnen, ich meine, viele von ihnen heben sich ab. Sie sind alle etwas Besonderes. Aber eine von ihnen, sie kommt aus Hongkong, zeignet sich dadurch aus, dass sie sehr intentional ist, absichtlich ist. Sie ist in einem Bereich absichtlich, Menschen zu Jesus zu führen. Jeden Tag, wenn sie aufsteht, sagt sie, Jesus, heute werde ich absichtlich handeln, ich muss jemanden zu dir führen. Lass mich einen Gedanken äussern. Ich frage mich, wie viel mehr Menschen durch uns gerettet worden wären, wenn wir uns einfach bewusster verhalten hätten. Denk darüber nach. Was wäre heute passiert, wenn ich ins Taxi gestiegen wäre und gesagt hätte, ich bin müde, ich werde ein Nickerchen machen, denn ich muss nachher ins Tonstudio gehen? Ich war die ganze Nacht unterwegs. Was wäre dann passiert? Könnte es sein, dass dieser Mann kein Christ geworden wäre? Wenn du also daran glaubst, dass es eine letzte grosse Ernte gibt und sie jetzt schon da ist, dann musst du dich einfach dafür entscheiden, bewusst, absichtlich zu handeln. Das bedeutet, Jesus, ich will ein Teil dieser Ernte sein. Als ich mich dazu entschlossen hatte, war ich schockiert, wie offen die Herzen der Menschen tatsächlich sind. Erst gestern war ich in Österreich. Ich sass im Haus einer Frau, bei der ich noch nie gewesen war. Ich kannte sie nicht. Ich musste dort einige Sachen erledigen. Ich dachte, ich werfe es einfach mal rein. Und fing an, über Gott und Jesus zu sprechen. Weisst du, was sie sagte? Sie sagte, ich bin wie du, ich habe Religion und Kirche satt. Sie sagte, Mein Mann ist seit sieben Jahren ein Messner, sagte sie. Und wir haben es einfach satt. Sie sagte, Aber ich sehne mich wirklich nach Gott. Schau. Dann fuhr ich an einen anderen Ort, eine weitere grosse Stadt in Österreich, sass mit einem Mann zusammen, mit dem ich etwas zu verhandeln hatte. Er ist ein Katholik. Ich fing an, mit ihm über Gott und Jesus zu reden und darüber, was ich glaube. Weisst du, was er sagte? Die Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens, doch die katholische Kirche kann ihnen das nicht mehr bieten. Überall, wo ich hingehe, erkenne ich, dass die Ernte schon da ist. Wir müssen uns also treu zur Verfügung stellen und absichtlich handeln. Weisst du, welche unglaubliche Offenbarung ich hatte? Ich bin nicht verantwortlich, Menschen zu retten. Gott ist es auch nicht. Ich weiss, das klingt ein bisschen kätzerisch, ist es aber nicht. Weisst du, wer für die Errettung der Menschen verantwortlich ist? Die Menschen selbst. Denkt darüber nach. Gott ist nicht verantwortlich, weil er alles getan hat. Er gab Jesus Christus. Der Preis wurde bezahlt. Es ist nicht mehr Gottes Verantwortung. Ich kann keine Menschen retten, weil ich nicht der Retter bin. Die Einzigen, die die Menschen retten können, sind die Menschen selbst. Richtig? So steht es hier. Wer es in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Also ist der Mensch selbst dafür verantwortlich, gerettet zu werden. Schau, was Römer 10 uns so deutlich lehrt. Wie können sie glauben, und du musst glauben, um gerettet zu werden, wenn sie es nicht wissen? Woher sollen sie es wissen, wenn es nicht gepredigt wurde? Wie kann es gepredigt werden, wenn niemand gesandt worden ist? Deshalb sagt der Prophet, wie schön sind die Füsse derer, die die gute Nachricht verkünden. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, damit Menschen gerettet werden können. seinen Werner Fall Den Wundersch det der Wunderschönen 這是 nicht mehr. das Verschönen ляkt. einen